Sie wissen es schon, hier bei Lettra Die Show stellen wir Ihnen regelmäßig auch Literaturverfilmungen vor. Und jetzt hat es mal wieder einen Kinderbuchklassiker erwischt, nämlich Die Rote Zora. Läuft aktuell in den deutschen Kinos und basiert natürlich auf dem Kinderbuchklassiker von Kurt Heldt, Die Rote Zora und ihre Bande. Das Buch ist 1941 zum ersten Mal erschienen im Verlag Sauerländer und dort wird es auch immer noch verlegt. Es gibt jetzt schon in der 36. Auflage und diese aktuelle Auflage hat jetzt auch gleich Fotos aus dem neuen Film in der Buchmitte. Für all die unter Ihnen, die Die Rote Zora nicht als Kind verschlungen haben, noch mal kurz zum Inhalt. Die Geschichte spielt in der kroatischen kleinen Stadt Seng und dort gibt es eine Burgruine, die all den Kindern Unterschlupf bietet, die kein Zuhause haben. In dem Fall handelt es sich um eine fünfköpfige Bande und der Anführer ist der Rotschopf Zora und sie ist auch das einzige Mädchen in der Gruppe und die nennen sich die Uskoken. Und zusammen befreien sie den zwölfjährigen Branko aus dem Gefängnis, der beim Essen stehlen erwischt wurde. Und nach ein paar Mutproben wird er auch in die Bande aufgenommen. Der einzige Erwachsene, der sich in diesem kleinen Ort für die Kinder einsetzt, ist der alte Fischer Gorian und der wird in der aktuellen Verfilmung von keinem Geringeren verkörpert als Mario Adorf. Sowohl das Buch als auch der Film entwerfen das Bild einer gerechten Gesellschaft, in der Kinder und Erwachsene gleichermaßen sich frei ausleben können. Im direkten Vergleich schlägt allerdings unserer Meinung nach das Buch den Film wirklich um Längen. Wenn Sie aber die Rote Zora doch in bewegten Bildern oder Sie und Ihre Kinder sie in bewegten Bildern kennenlernen möchten, dann kann ich Ihnen eine Serie ans Herz legen. Denn 1979 ist der Stoff schon mal Grundlage für eine 13-teilige Fernsehserie gewesen. Und die ist bis heute, ist heute schon Kult, genauso wie das Buch und sie ist auf DVD zu haben. Musik Musik